Der Disney Channel hat mir eine ganz besondere Challenge gestellt. Einen einzigartigen Tag für euch zu machen. Und da dachte ich mir, wieso stellen wir nicht alles auf den Kopf? Und jetzt? Freut euch auf einen ganzen Tag verrückten Spaß. Ja! Und einige überraschende Wendungen. Eine völlig neue Erfahrung. Das wird völlig umgedreht, äh, abgedreht. Nicht verpassen. Der Disney Channel steht Kopf. Nächsten Samstag ab 9.55 Uhr. Hier im Disney Channel. Hier im Disney Channel.